Da zieht er ab, das Tor durch Vinicius Junior. Ja, Madrid macht weiter Druck, erhöht seine Führung mit diesem Tor jetzt auf zwei Tore. Das hätte ich ja nie und nimmer gedacht, sie schaffen den Anschluss und könnten vielleicht sogar noch ausgleichen. Nochmal das Tor in der Wiederholung, die Flanke kommt rein. Und dann kommt der Kopfball, technisch wunderbar gemacht ist das. So, die Chance jetzt. Real Madrid macht das Tor, erhöht die Führung, liegt nun mit zwei Treffern vorne. Schuss für Vinicius Junior. Er trifft und damit steht heute für ihn ein Doppelpack zu Buche. Schuss für Benzeba. Gefährlich, immer noch. Real wechselt. Ja, mit viel Übersicht. Startpass kommt zu, Benzeba. Der Lupfer jetzt. Per Lupfer, was für ein Tor! Gelbe Karte gegen Real Madrid, berechtigte Entscheidung. Sie können es machen! Sie können es machen! Bis zum nächsten Mal. Hold'em!